Guten Tag, hier das Team von Schone Autobahnkosten von Fort Lauderdale. Ich zeige Ihnen heute einen meiner Lieblinge. Die Mission war, wenn man sie denn annimmt, finden Sie einen 2016er Ford Mustang Shelby GT350 in Oxford-Weiß mit blauen Rennstreifen und dem Trek-Paket. Das war der Wunsch unseres dänischen Kunden und wir konnten diesen Wunsch erfüllen. Der GT350 ist die Trek-Variante des Mustangs, kommt, wie man hier sehen kann, mit einem Brembo-Bremssystem, 20 Zoll, Felgen-Schwarz, Oxford-Weiß, das ist die klassische Farbe. Das war der erste Mustang in 1964, da kam auch ein Oxford-Weiß. Ich werde hören, muss man mal den Auspuff an, wie der so klingt. Hier ein Blick auf den Marker ihres Kontraums. Das klingt auch sehr gut. Über den Trek-Mode kann man halt den Auspuff auch in den Sport-Mode versetzen. Das Fahrzeug wurde natürlich vor dem Erwerb unabhängig inspiziert. Es stand bei einem Partnerhändler von Ford im fernen Minnesota, hat einen Vorbesitzer, hat einen Clean Car-Tax, ist unfallfrei und hat einen frischen Ford-Service bekommen. Damit man dann auch losfahren kann, sag ich mal. Schauen wir ins Innere. Dem Kunden war es wichtig, quasi die leichte Variante zu bekommen. Der GT350R ist natürlich ein bisschen teurer. Schön ist hier, die Recaro-Sportsitze. Und auch kein Electronics-Paket, also kein Navi. All diese Sachen hält der Kunde für nicht so wichtig. Wie man sehen kann, 6.100 Meilen, also knapp unter 10.000 Kilometern. Hier Chassinummer G5107. Das Radio verbindet sich auch wunderbar mit den Pelos, fehlt halt das Navi und so. Ein paar andere Geschichten. Natürlich ein Handschalter. Sechsgang. Tramek. Abgeflachtes Sportlenkrad mit Alcantara. Weitere Display hier. Und da kann man dann auch über die Track-Apps noch gewisse Einstellungen machen. Das Schöne an dem Track-Paket ist, das Fahrzeug kommt mit dem MagniRide-Dämper-System. Und separaten Ölkühler, Getriebekühler und Differenzialkühler. Was für den Rennbetrieb unerlässlich ist. Ah ja, und der Heckspoiler natürlich. Schauen wir mal auf den Motor. Auf die Domstäbe ist Teil des Track-Pakets. Kurzhuber, 5,2 Liter. V8. Das heißt, die haben nochmal 0,2 Liter draufgesetzt. Auf den Coyote Standard GT-Motor. Und der Motor bringt es nur noch 526 PS. Alle Sticker sind da. Alles klar, wo es hingehört. Und hier kaputt, reine Fahrer. Ein wirklich sehr schönes Auto. Und es überzeugt mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und entspricht exakt dem, was der Kunde wollte. Wir, das Team von Schono Autofunkers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt. Und viel, viel Vergnügen mit dem 2016er Ford Mustang Shelby GT350 Track. Da wir uns hier schon bei unseren deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es professionell im 40-Fuß-Container verpackt. Und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven. Bremerhaven und ist dann unser Umsatzpartner, um die Homologation für CETRA durchführen zu können. Vielen Dank und auf Wiederhören.